Heute zeigen wir euch, wie man ganz einfach aus ein paar Büroklammern und Perlen ein Armband oder eine Kette selbst machen kann. Ihr nehmt die Büroklammern und macht sie so, wie ich dort im Video zeige, aneinander. Es ist ganz egal, welche Farbe ihr dafür nehmt, ihr könnt es bunt gestalten oder versuchen es in einer oder zwei Farben aneinander zu machen. Hier habe ich dann ein Armband gemacht in ganz weiß und habe dann mir ein paar Perlen ausgesucht und die auf die Büroklammer gefädelt. So, ein paar habe ich jetzt mit Perlen gestaltet und hänge sie jetzt wieder aneinander, damit es zu einem Armband wird. Hier habe ich jetzt noch ein paar mehr Büroklammern aneinander gehangen und mache es jetzt noch an meinem Handgelenk zu. Und so sieht jetzt das fertige Endergebnis aus. Viel Spaß beim Nachmachen!